Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über mein Lieblingsgetränk. Dazu braucht ihr Orangennektar und Mineralwasser. Ihr füllt einfach den Orangennektar in einen Becher oder in ein Gefäß, so wie ich das jetzt schon gemacht habe. Ich habe da jetzt nicht sehr viel reingetan, weil ich mag das nicht wirklich so fruchtig. Dann nehmt ihr Mineralwasser und gießt das dazu. Ich mache jetzt nicht so viel, weil ich nicht mehr so viel Mineralwasser habe. Das Mineralwasser sollte kühlt vorher sein. Jetzt habt ihr eine Mischung aus Orangensaft oder Orangennektar und Mineralwasser. Ich finde, das schmeckt sehr gut. Das habe ich mal auf einer Party gesehen, als Cocktail. Ihr könnt es natürlich noch mit anderen Sachen verfeinern. Aber das ist hier ein, weil M-Morang ist ein sehr herkömmliches Getränk. Das könnt ihr ganz oft machen, weil man hat ja meistens Orangensaft zu Hause und Mineralwasser. Ja, und ich finde, das ist ein toller Partydrink. Viel Spaß damit!